Herzlich willkommen bei der Immobilien axelgörke.de GmbH und CoKG. Wir bieten Ihnen immer eine individuelle Verwaltung und Vermarktung an. Unsere Immobilienmakler ermitteln den marktgerechten Wert ihres Objekts und analysieren die baurechtlichen Möglichkeiten sowie die zukünftige Grundstücksentwicklung. Dank aussagekräftiger und ansprechender Exposés können Sie mit uns erfolgreich Ihre Häuser verkaufen. Wollen Sie ein Haus oder eine Wohnung kaufen, so sondieren wir den Markt nach passenden Angeboten für Sie. Wir freuen uns auf Sie!